hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal wie ich bin heute wieder down of man und mal schauen was uns heute so erwartet genau die letzte die hütte haben beim letzten mal fertig gemacht was machst du du nix du gehst jetzt feuerstein fahren hier irgendwo hatten wir doch so einen spot hier und angeklickt was machst du frischer fangen so wie es sich gehört so ja gut die dinge werden leider nicht los da muss ich warten bis sie kaputt gegangen sind ja was machen wir da jetzt keine ahnung pferde ok dann nicht hätte ja klappen können so jep sehr schön und wir haben wieder 5 wissenspunkte jetzt holen wir uns das da das ist dann das hier so ich würde sagen wir bauen uns aber mal zwei davon doppelt hält besser oh hier wo sind denn die gehören da geht noch nicht warum äh ihr sollt hier fahren gehen kinder also wenn die kinder hier schon was wollen dann können sie auch mitmachen ganz ehrlich die wollen ja auch was zu essen haben du warst mit spitzsacke ich brauch den du mit der axt du brauchst den du mit der axt so viel spaß beim essen holen so viel spaß beim essen holen so ein totem ist wieder fertig ich müsste das hier definitiv mal wegnehmen äh ne das mit stöcken bleibt 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 das nehmen wir auch erst einmal weg damit die nicht allzu überfordert sind und sich auch mal ausruhen können so dann ja müssen wir abwarten der eine dude sollte mal was essen was macht der jetzt der sollte mal schlafen der andere sollte mal beten alter was hier los da drüben ist ne potzau hier geh mal beten mach der nicht warum was ist das für ein vogel warum will er nicht beten warum will der das nicht ist ein bisschen seltsam aber gut ich kann den du nicht zwingen ich kann den du nicht zwingen ich suche aber unbedingt den der die axt hat gut ne dann fällst du jetzt hier bäume das ist mir jetzt egal da muss der das halt machen und was macht die alte frau geht Stöcke holen New York sätig zu den Kindern äh so hm 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 da war ja was da war ja was äh kann ich das hier irgendwie raus nehmen er hat nur 1 Slot frei zum tragen das ist scheiße äh jo äh ja ich weiß nicht ob er das gesehen hat aber viel spaß dabei ähm boop 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 erstes bauwerk gerber wissen plus 1 sehr schön und da wird das zweite gebaut haben wir jetzt eigentlich alle 1 2 3 4 5 tatsache dann schauen wir mal auf die liste was wir noch brauchen äh 3 von 10 tierchen domestiziert hammer äh 10 zelte wollen die mittlerweile brauchen wir aber noch nicht brauchen wir aber noch nicht hm 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 Kind Geh Baum abernten Kind Geh Baum abernten Kann man das nicht irgendwie hier auch so einstellen? Tatsache Das geht halt wirklich Cool Das geht halt Wir brauchen aber das hier Und das machen wir Shit Wo kann man dieses Tannin am besten sammeln? Da wo es im Überfluss ist Das wäre hier drüben So Ja dann einmal ab auf Geschwindigkeit wieder gehen Der da Ne Warum machst du sowas? Ja geh schlafen Ah der Herbst ist da Eigentlich wird es mal wieder Zeit für Nachwuchs Ähm hier war ein Baum Der hier Den kann man jetzt abernten Haben wir hier noch irgendwo so ein Baum? Bitte 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 da Wir brauchen noch ein Pünktchen Wir brauchen aber auch wieder Leder Ich brauche eindeutig mehr Leute Und mir ist aufgefallen dass hier sehr wenig Tiere spawnen Das ist auch nicht gut Oh da haben wir Bern Da müssen wir aufpassen dass die nie zu uns kommen Oh Ah das ist nur ein Nashorn Und wir haben drei Wurfis Das ist schön Ja endlich gehst du mal beten Boah Junge So Feuerstein heulen Du Holz heulen Du Holz heulen So Der hat Irgendwas Oh Haseln ist alle Gold Gib wieder Fressi Fressi So Aber Das war es von der Folge Wir speichern ganz kurz ab So Ich hoffe Es hat euch wie immer gefallen Wenn ja lasst einen Daumen nach oben Da lasst Kommentare da Und ich hoffe wir sehen uns zu einem neuen Video Bis dahin Bleibt entspannt Genießt den Tag Und Bye Bye своей Tschüssi Dann Entschü Untertitelung des ZDF, 2020